Bei uns sitzt freundlicherweise Margarete Krapko vom FC Bayern München, beim heutigen Spiel HEMA gegen Bayern München hier in Solingen. Wie hast du gespielt? Immer meine erste Frage. Also ich habe es gewonnen gegen Hess. Ja, William Hess. Ich kenne den Namen. Genau, drittes Brett. Zufrieden insgesamt mit der Partie oder warst du sehr glücklich? Nein, also es war eigentlich alles leicht und ich dachte, ich hatte die ganze Zeit so Overhand und ich habe es gedruckt und dann habe ich zwei Figuren gegen Tum und zwei Bayern abgegeben, aber der König war geöffnet und die Figuren waren viel besser. Aber dann habe ich das irgendwie überschätzt und eher Figuren kamen ins Spiel und ja, ich glaube, hat am Ende ein bisschen Glück gehabt. Okay. Ja, man hört es ja. Woher kommst du ursprünglich bzw. Heimatland deiner Eltern? Also ich komme aus Belarus. Ich wohne seit vier Jahren in München schon. Ja, okay. Und wie kam es dazu, dass du nach München gezogen bist? Ich bin zum Studium gekommen und ich studiere an der Technischen Universität. Genau, für das fünfte Semester. Fünfte Semester. Okay. Was studierst du da genau? Informatik. Ja, einfach mal. Und bist du damit zufrieden? Ja, schon, aber das ist schon eine Herausforderung. Ich würde sagen, also wenn man schon Schach findet, so als hobbymäßig und was zufrieden, also Schach bringt gerade viel mehr als so Studium und so. Okay. Und warum ausgereicht in München? Ich hatte für euch hier Verwandten und ja, genau. Okay. Und wie bist du dann zum FC Bayern München gekommen? Ich habe halt mehr Vereine gesucht und dachte ich mir, ich will für Frauenbundesliga spielen, aber wir sind zwei Jahre nicht aufgestiegen. Ich musste mich mit zweiter Frauenbundesliga zufriedenstellen, aber ja, dann am Ende ging es. Ja, du hättest natürlich auch mit deiner Zahl bestimmt auch in der ersten Bundesliga spielen können. Ja, man muss die Leute kennen, oder? Also sonst kommt man nicht so durch. Ja gut, okay, aber man kann sich ja anbieten und dann kann man schon in der ersten Bundesliga spielen. Aber was ich eben damit sagen möchte, ist eigentlich, oder fragen möchte, ist es dir lieber jetzt bei Bayern München in der zweiten Liga zu spielen oder irgendwo am sechsten Brett in der ersten Liga, was ist dir das lieber? Hängt davon ab, also, aber natürlich will man schon gegen Top-Spielerinnen spielen, also man würde sich freuen, wenn man gegen Baden-Wan antritt und der sechste Brett ist auch nicht schlecht, würde ich sagen, oder Schwäbische Hall. Ja, ich würde mit zweiter Optionen, mit zweiter Optionen, okay. Und wie bereitest du dich normalerweise auf so einem Wochenende vor? Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, ich habe Informatikstudium, also man spielt, wo man Freude hat und ja, das ist ja die Vorbereitung. Aber wir kommen schon einen Tag vorher, also es ist ja dann hier vor Ort, aber ja. Normalerweise da mit dem Zug tippe ich mal, ne? Ja, fünf Stunden Zug ist auch ganz nett, kann man viele Sachen machen. Okay, das bedeutet also Vorbereitung an sich weniger? Ja, vor allem in der ersten Runde, eher weniger, vor allem in der ersten Runde, man weiß nicht, wer ist da alle gekommen. Ich glaube, es gibt viel mehr Informationen da bei der zweiten Runde, aber bei der ersten, niemand kennt, wer da vor Ort ist und ja, lässt man spielen. Vor allem, ich hatte weiße Steine, also ja. Und was machst du außer Informatik und Schach sonst noch so? Ja, ich habe so ein paar Werkstudenten, also einen Werkstudentenjob auch bei Informatik, Sachen und ja, gibt sonst Unterricht darüber. Was machst du sonst noch beim Schach, außer jetzt in der Mannschaft für FC Bayern München spielen? Kann man dich sonst noch woanders sehen, wenn ich hier irgendwo einen Namen, Krapko deinen Namen eingebe? Hast du andere Erfolge? Ja, vor kurzem habe ich Schnellschach in Göttingen, also Frauen Schnellschach gespielt und wurde Zweiter, aber es wurde nicht so stark besetzt, also ich würde sagen, dass ja. Ja gut, ich meine, du kannst ja nichts dafür, wenn die anderen nicht antreten. Ja, aber ich, beim Blitz, ich wurde Sechste, also wenn Pets schon mischt, dann kann man Sechste werden, aber ja, sonst war es nicht schlecht, finde ich, ja. Und sonst. Wie sehen deine weiteren Ziele für Schach aus? Einfach liegen spielen und schauen, was man kann. Also ich hätte gern zwei, drei erreichen wollen, aber das ist in Ferne, also muss man gucken, right? Wegen eines Titels, oder? Ja, ja, FM, also da hätte ich Lust, aber sonst, ja. Einfach Freude am Schach haben. Das stimmt. Und wie sieht es aus mit Bayern München und was ist euer Ziel für die Saison? Einfach da bleiben, ja. Also ich würde sagen, nicht absteigen. Okay, alles klar. Ja, dann danke ich dir recht herzlich. Ja? Ja, hat mich auch gefreut. Dankeschön, alles klar. Danke. 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 Vielen Dank.